so dragon quest 10 event klar dass man kein dragon quest 10 spielen kann im westen aber schön dass das event rüberkommt und zwar soll der npc für das event irgendwo da hinten am eingang stellen hast du das habe aber genau da haben wir harte steine und weiche birnen der historiker habak alwak benötigt hilfe mit ein paar unbekannten golems die in er sehr aufgetaucht sind ich bin habak alwak meines seines historiker theologe und ökonom außerdem bin ich chefredakteur des wirtschaftsmagazins mit rielbote von dem du sicherlich schon etwas gehört hast meine momentanen studien beziehen sich auf ein magischer steinwesen ist mein hin als golem bekanntes dabei handelt es sich natürlich nicht um den uns bekannten gewöhnlichen golem vielmehr wurde dieser art bislang nicht in eosia gesichtet eine neue bisher unbekannte art als wenn die steine aus denen diese golems bestehen verwertbare erze enthalten könnten sie eine große bedeutung für die uldische wirtschaft haben deswegen sind auch sind sie auch ins interesse der amagina berg brauer ag gerückt denn wo von möglicherweise kostbaren ärzten die rede ist ist berg brauer ag nicht weit die qualität der steine muss erst noch untersucht werden dafür muss es ein begabter ampeuren wie du mit den golems aufnehmen die sich in den harten brocken nicht die zähne ausbeißen keine leichte aufgabe wenn du mit dem schürfer des amagina berg brauer ag wird er dir alles weitere erklären wenn es ihnen vor der traumaturen gilde aber nimm dich in acht er kann manchmal eine etwas raue art an tag legen man hätte ihn nicht umsonst den rohling auftrag angenommen so genau wo genau waren die traumaturen die war doch hier irgendwo gleich um die ecke ne genau da ist er ja traumaturen gilde wir nehmen natürlich gleich den portal den gedöns ne das war ja falsch da war ja falsch da war ja falsch Genau Rowling Was willst du denn von mir? Ach, du willst mir helfen Und zwar Golems zu erledigen Sag das doch gleich Was? Du weißt nicht wo du die Golems finden kannst? Eine tolle Hilfe bist du mir Ich kann dir natürlich auch einfach verraten Wo du die Golems findest Das ist kein Geheimnis Ich bin nämlich überall in Eorzea aufgetaucht Urplötzlich von einem Tag auf den anderen Jetzt macht die Grölheime endlich zu Kiesestein Oder brauchst du eine extrae Ladung Wenn ich bitten darf Ja, ich mach die Jagd aufholt Na, da will ich aber hoffen Dass auch alles glas läuft Ich meine, vielen Dank für deine Hilfe Zum Dank werden die Mieze Ketten Dir auch einen unvergesslichen Gefallen tun Vielleicht hast du ja schon mal Von dem legendären Club Olala gehört Nee, erzähl mir mehr Wow Aber Zumindest auf der Seite Stattet es auch irgendwie da hinten Vorher der Tür war Was war das nochmal? Abenteuerergelde Dann gehen wir doch einfach von dort aus los Ne, falsche Richtung Ne, falsche Richtung Dann gehen wir doch mal Ah hier, hier, ist ja wirklich quasi um die Ecke. Ah, das ist ja schon wieder. Ja, ja, ja. Also ja, anpassen. Okay, das war schon. Aber wahrscheinlich brauche ich diese Splitter für verschiedene Items dann. Wir wissen ja jetzt. So, wie viele Leute das sind. Jetzt sind wir ja was Menschen hier. Schön, wenn ihr nicht. Jetzt sprechen wir gleich. Oh, das ist alles, was wir jetzt kommen. Hast du die verdammten Golems zu Geröll verarbeitet? Aber Sichi, das ist es, dieser Glanz, das ist doch Gold, ich kann es riechen, Gold. Vielen Dank, Celestial. Was machst du denn noch hier? Also, ich hatte dir ja etwas versprochen, der gefallen. Also gut, keine falsche Schüchternheit. Lehn dich zurück und genieß die Show. Wow. Hm, du bist mir aber ein süßes Kätzchen-Schnurren. Wie wär's mit einem Ohlala? Dann bekommst du etwas Farbe in deiner blassen Wangen, Schnurrchen. Komm mal her, meine hübsche Schnurre. Zier dich nicht. Wir wollen dir nur zeigen, wie dankbar wir sind. Bin zu allen Schandtakten bereit? Du bist ganz schön verspannt, Schnurre. Arme Abenteuerin, so müde und erschöpft. Lass mich dich verwöhnen. Mach deine Augen zu. Bist du soweit? Dann packe ich die mal aus. Ohlala, Boing Boing. Ohlala, Wuschel Wuschel. Sind sie nicht herrlich weich? Und so wunderbar groß und rund wie Tralle Melonen. Entspann dich. Ja, so ist es gut. Ohlala, Boing Boing. Und? Hat dir die Federmassage gefallen? Guck, wie runden Wuschel ist hier. Wirken wahre Wunder nicht wahr. Sind sie nicht niedlich? Ich will doch hoffen, dass du die Behandlung gelassen hast. Äh, sie ist nämlich mein Dankeschön an dich, weil du so nett geholfen hast. Hier hast du mir recht was oben drauf. Jetzt mach das, dass du wegkommst, aber kommt bald wieder. Was für ein Zufall, dich hier zu treffen? Hast du die unbekannten Golems vertrieben? Hm, sieht ganz so aus. Ich werde eine wissenschaftliche Abhandlung über die Golems für die Bergbau AG schreiben. Und einen Titel habe ich auch schon. Was hältst du von? Wuschel Wuschel, Boing Boing, harte Steine und weiche Birnen. Haha, mal sehen, vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein. Okay. Auftrag abgeschlossen. Da haben wir was Tolles bekommen dafür. ione Muskeln hätte Ich glaube eines jetzige Maske. Ne Wolenbegleiter. Ne Holzbegleiter. Ne packe ich eine Anzahl. Ahh. Ne Rolling-Maske. Und was kann ich hier noch holen? Und was kann ich hier noch holen? Die Schleimkönig Krone. natürlich kaufe ich mir die so das war's wohl schon immer anprobieren jup eindeutig ein schleimkrone wow ja gut das war's